Wenn du jeden Monat eine Dividende erhalten möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe recherchiert und mich einige Stunden hingesetzt und überlegt, mit welchen drei Aktien könnte man sich eine Dividende für jeden einzelnen Monat im Jahr sichern. Dabei habe ich drei Kriterien aufgestellt, die auf die drei Aktien zutreffen mussten. 1. Keine Monatszahler. Das wäre natürlich zu einfach, von daher fallen hier schon einige Real Estate Unternehmen raus. 2. Eine Dividendenrendite von mindestens 2%. Dadurch fallen einige Unternehmen raus, die an sich sehr stark sind, aber keine wirklichen Dividendenzahler sind. 3. Eine nachhaltige Payout Ratio. Diese sollte langfristig mindestens 25% und bis zu 75% des Free Cash Flows betragen. Ich bin fündig geworden und meiner Meinung nach sind hier drei super spannende Aktien rausgekommen. Von daher bleib auch ruhig bis zum Ende dran, denn dann zeige ich dir auch, wie ich persönlich eine Aufteilung von 10.000 Dollar auf diese drei Unternehmen vornehmen würde. Der erste Kandidat auf der Liste ist Cisco. Cisco ist ein führender Anbieter von Lebensmittelverteilung und Vermarktung für Restaurants, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, Hotels und andere Gastgewerbebetriebe. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lebensmitteln, Getränken, Großhandelsprodukten und Dienstleistungen für die Lebensmittelindustrie an. Cisco wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Für die letzten fünf Jahre sieht der Aktienkurs wie folgt aus. Abgesehen von ein paar Up und Downs ist der Kurs nicht wirklich vorangekommen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind wir auf dem gleichen Niveau wie vor Corona. Cisco hat aktuell eine Marktkapitalisierung von mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Was man betonen muss, ist, dass das Geschäftsjahr von Cisco im Juli endet und daher bereits mehr als die Hälfte des Geschäftsjahres 2024 krumm ist. Von daher schauen wir uns in diesem Fall nicht das Geschäftsjahr 2023 an, sondern blicken auf die Erwartungen für das Jahr 2024. In der Topline wird ein Umsatz von 79,46 Milliarden US-Dollar erwartet, was ein Wachstum von 4,11% wäre. In der Bottomline hingegen werden Earnings per Shares in Höhe von 4,32 US-Dollar vom Unternehmen erwartet, was wiederum ein Wachstum von 24,5% wäre. Das ist richtig stark. Die Strategie von Cisco konzentriert sich darauf, seinen Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig operative Effizienz zu erreichen. Cisco betreibt ein Netzwerk von Vertriebszentren, von denen aus es eine breite Palette von Lebensmitteln, Getränken und anderen Produkten an seine Kunden liefert. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen wie Menüplanung, Kostenmanagement und Schulung für gastronomische Betriebe an. Das Unternehmen strebt nach kontinuierlicher Innovation und Verbesserung seiner Angebote, um die Bedürfnisse seiner Kunden in einer sich ständig verändernden Branche zu erfüllen und seine Position als Marktführer zu stärken. Die Dividende bzw. die Dividendenrendite von Cisco beträgt aktuell 2,46% und wurde innerhalb der letzten 53 Jahre gesteigert und innerhalb der letzten 53 Jahre auch ausgezahlt. Damit zählt man zu den sogenannten Dividendenkönigen, zu denen ich auch schon einige Videos gemacht habe. Wenn dich diese Art an Unternehmen interessiert, dann schau doch gerne in die Infocard rein. Man hat aktuell eine Ausschüttungsquote von 33,53% auf dem Free Cashflow, was wirklich stark ist. Das Dividendenwachstum innerhalb der letzten 5 Jahre ist allerdings nicht ganz so stark. Cisco konnte nämlich die Dividende um durchschnittlich 6,24% anheben. Werfen wir nur noch einen Blick in die Profitabilität von Cisco rein. Die Gross Margin des Unternehmens beträgt um die 18,42% und bei der operativen Marge bewegt man sich auf einem Niveau von 3,61%. Die Nettomarge wiederum beträgt 2,69%. Insgesamt keine bombastischen Zahlen muss ich sagen, aber für den Einzelhandel sind sie okay. Besonders spannend wird es natürlich, wenn man sich die Bewertung der Aktie anschaut. Hier kann Cisco ein erwartetes KGV von 18,9% vorweisen, was mit Blick auf den 5-Jahres-Durchschnitt in Höhe von 25,06% recht gut ist. Und auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis finde ich durchaus fair. Hier wird die Aktie mit einem erwarteten Verhältnis von 13,5% bewertet. Insgesamt ist die Aktie meiner Meinung nach durchaus fair bewertet. Bevor es mit der nächsten spannenden Aktie weitergeht, folgt noch was kurzes in eigener Sache. Wenn dir meine Videos und meine Arbeit gefallen, dann lass doch gerne ein Like dafür da. Und wenn du neu auf dem Kanal sein solltest, dann lass doch auch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos zu den Themen Finanzen, Aktien und Dividenden zu verpassen. Ich danke dir vorab dafür. Und was dir jetzt auch völlig neu ist auf diesem Kanal, du hast jetzt die Möglichkeit, wenn du meine Videos feierst, mich direkt zu unterstützen. Und zwar befindet sich unter jedem meiner Videos dieser Button. Hier kannst du dann auswählen, wie viel Trinkgeld du mir im Grunde für meine Videos, für meine Arbeit, die du anscheinend feierst, geben möchtest. Ich danke jedem dafür, der dieses Angebot nutzt. Kommen wir damit nun zum zweiten Kandidaten auf die Liste. Starbucks. Starbucks ist eine weltweit führende Einzelhandels-Kaffeekette und Anbieter von Kaffee, Tee, Gebäck und anderen Snacks. Das Unternehmen betreibt tausende von Filialen weltweit und bietet auch Produkte über Lebensmittelgeschäfte und E-Commerce-Plattformen an. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington. Hier sehen wir einmal den Aktienkurs von Starbucks für die letzten fünf Jahre. Hier hat ganz klar eine Konsolidierung stattgefunden, in dem der Aktienkurs immer noch auf dem gleichen Niveau ist wie vor Corona. Das Geschäft ist aber seitdem deutlich besser gelaufen, aber darauf werden wir im Folgenden noch einen Blick werfen. Starbucks hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 103,78 Milliarden US-Dollar. Eine Besonderheit bei Starbucks, die man vorneweg erwähnen muss, ist, dass das Geschäftsjahr im Oktober endet. Für das Geschäftsjahr 2023 konnte man einen Umsatz von 35,98 Milliarden US-Dollar erzielen, was ein starkes Wachstum von 11,55% gegenüber dem Vorjahr war. Bei den Earnings per Shares konnte man mit 26,5% sogar noch stärker wachsen, sodass diese bei 3,58 US-Dollar lagen. Die Strategie von Starbucks konzentriert sich auf die Schaffung einer einzigartigen Kundenbindung durch hochwertige Kaffee-Erlebnisse, herausragenden Kundenservice und die Schaffung einer einladenden Kaffee-Atmosphäre. Das Unternehmen strebt nach globaler Expansion und Diversifizierung seiner Produktangebote, um sich den sich ändernden Verbraucherpräferenzen anzupassen und weiterzuwachsen, sowie seine starke globale Marke weiter auszubauen. Aktuell hat Starbucks eine Dividendenrendite von 2,49%. Diese Dividende wurde innerhalb der letzten 13 Jahre gesteigert und innerhalb der letzten 13 Jahre ausgezahlt. Die Ausstellungsquote auf den Free Cash Flow beträgt aktuell 43,48%, was völlig in Ordnung ist. Da wo Starbucks definitiv glänzen kann und weswegen ich das Unternehmen in einem meiner besten Videos aufgenommen habe, ist das Dividendenwachstum. Denn das Dividendenwachstum des Unternehmens innerhalb der letzten 5 Jahre betrug durchschnittlich 9,78% und innerhalb der letzten 10 Jahre sogar 16,69%. Hier muss man festhalten, das Ganze ist pro Jahr. Gehen wir weiter zur Profitabilität von Starbucks. Man weist aktuell eine Gross Margin von 27,87% aus, was grundsolide ist. Die operative Marge des Unternehmens beträgt momentan 15,69%, was ebenfalls ein guter Wert ist und die Nettomarge liegt bei 11,7%. Die Profitabilität von Starbucks muss ich sagen, gefällt mir persönlich echt gut. Und damit kommen wir auch schon zur Bewertung der Aktie. Das erwartete KGV beträgt aktuell 22,56%, was im Vergleich zum 5-Jahres-Durchschnitt richtig gut ist. Hier war nämlich Starbucks mit einem KGV von 39,08% bewertet. Hier zeigt sich also nochmal das, was ich am Anfang gesagt hatte. Es fand eine Konsolidierung statt, in dem der Aktienkurs nicht wirklich vom Fleck kam, aber das operative Geschäft sich weiterentwickelt hat. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt aktuell bei 17,32%, was ebenfalls deutlich niedriger ist als der 5-Jahres-Durchschnitt. Und nun machen wir weiter mit dem dritten Unternehmen auf der Liste. Es handelt sich um Kraft Heinz. Kraft Heinz Company ist ein multinationaler Lebensmittel- und Getränkekonzern, der eine breite Palette von Marken in verschiedenen Kategorien besitzt, darunter Lebensmittel, Getränke, Soßen und Aufstriche. Und wahrscheinlich kennt auch fast jeder den unverwechselbaren Ketchup von der Marke Heinz. Das Unternehmen entstand 2015 aus der Fusion von Kraft Groups und Heinz Company. Den 5-Jahres-Chart von Kraft Heinz sehen wir hier einmal. Man sieht ganz deutlich, wie der Aktienkurs innerhalb der letzten 3,5 Jahre nicht weit gekommen ist. Es war immer wieder ein Auf und Ab und der Kurs ist aktuell bei knapp 36 Dollar pro Aktie. Die Marktkapitalisierung von Kraft Heinz beträgt aktuell 43,1 Milliarden US-Dollar. Vor nicht allzu langer Zeit hat man die Geschäftszahlen für das Jahr 2023 rausgebracht. Hier konnte man in der Topline minimal wachsen und 26,64 Milliarden US-Dollar an Umsatz vorweisen. In der Bottomline hingegen konnte man unter anderem durch gutes Kostenmanagement auf Earnings per Shares in Höhe von 2,31 US-Dollar verweisen, was 20,94% mehr war als im Vorjahr. Die Strategie von Kraft Heinz konzentriert sich auf Markenstärke, Produktinnovation und Effizienzsteigerung. Das Unternehmen strebt danach, seine Marken weiter zu stärken und neue Produkte zu entwickeln, um den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Gleichzeitig setzt Kraft Heinz auf operative Effizienz und Kostenoptimierung, um seine Rentabilität zu steigern und sein Geschäftswachstum voranzutreiben. Kraft Heinz hat aktuell eine starke Dividendenrendite von 4,49% und die Dividende konnte das Unternehmen seit 0 Jahren steigern und generell zahlt man seit 11 Jahren eine Dividende. Im Jahr 2019 wurde allerdings eine Dividendenkürzung vorgenommen und die Ausschüttungsquote ist mit 43,63% vom Free Cashflow durchaus solide. Aber aufgrund der Dividendenkürzung sieht das Dividendenwachstum von Kraft Heinz nicht besonders prickelnd aus. Hier kann das Unternehmen auf ein durchschnittliches Dividendenwachstum von minus 6,80% innerhalb der letzten 5 Jahre zurückblicken. Kein besonders attraktiver Wert, aber immerhin scheint die Dividende heute nicht in unmittelbarer Gefahr zu sein. Kommen wir nun noch zur Profitabilität des Unternehmens, denn die ist meiner Meinung nach ganz gut. Kraft Heinz hat aktuell eine Grossmargin von 33,72% sowie eine operative Marge von 20,29%. Bei der Nettomarge liegen wir hier bei guten 10,72%, die das Unternehmen vorweisen kann. Und blicken wir nun noch auf die Bewertung der Aktien. Hier kann Kraft Heinz aktuell ein erwartetes KGV von 11,87% vorweisen, was deutlich unter dem 5-Jahres-Durchschnitt liegt. Der Abschlag sollte aber angesichts des mangelnden Wachstums und der Herausforderungen, denen sich das Unternehmen gegenüber sieht, keine große Überraschung sein. Auf Seiten des Kurs-Cash-Flow-Verhältnisses sehen wir ein ähnliches Bild. Hier haben wir einen Wert von 9,65% vorliegen, was ebenfalls deutlich unter dem 5-Jahres-Durchschnitt des Unternehmens liegt. Jetzt will ich dir noch zeigen, wie ich 10.000$ auf diese drei Unternehmen aufteilen würde und wie viel Dividende am Ende rausspringen würde. Das Ganze spiegelt im Grunde auch meine eigene Meinung zu den drei Unternehmen wider. Für 5.000$ würde ich Aktien von Starbucks kaufen und mir so 55 Anteile sichern. 3.000$ wiederum würde ich in Kraft Heinz investieren und mir auf diese Weise 84 Aktien kaufen. Die restlichen 2.000$ würde ich in Cisco investieren und so 25 Aktien in mein Depot legen. Über das Jahr verteilt hätte ich jeden Monat einen schönen Cashflow von mindestens 12$ und maximal 34$. In Summe wären es dann 310$ an Dividenden, die ich über das gesamte Jahr in monatlichen Abständen erhalten würde. Wärst du mit diesen Dividenden glücklich oder würdest du es ganz anders machen, wenn du nur 3 Aktien aussuchen dürftest? Gib mir gerne Feedback dazu in den Kommentaren. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.